Wir benötigen mehr Mineralien. Hey, ich bin dritter! Geil! Nicht genug Mineralien. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir benötigen mehr Mineralien. Ich bin der. Du stellst meine Geduld auf die Binde, schwarme gute Idee. Sag einmal, hier ist... Nö. Kann man das irgendwie einstellen, dass du einfach immer das gleiche hast wie ich? Nein! Leid. Leid. Ihr macht's mich fertig. Dann machen wir uns gegenseitig fertig. Das ist das krasere Problem. Ich hab Plastik. Nice. Weißt du, auf was der keinen Bock hat? Ich weiß, worauf du keinen Bock hast, was er macht. Pyrofire Kolosse. Ja, das auch. Keine Energie mehr. Zweimal Mengsk. Aber gegen deine Ultralisken? Ja, okay. Zweimal Mengsk. Ja, deal meinen Mengsk. Was mach ich gegen Plastiksoldaten? Äh... Mutas. Einfach Mutas gegen alles. Geil! Ich weiß nicht, ob er deine Mutas dealen kann. To be honest. Er kann, hat nichts. Achso, der hat seine... Ja, okay. Er hat Korsan. Nee, er hat keine Korsan. Nee, ja. Hat der irgendwas AOE-Anti außer seinen Laser? Äh, nein. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay, meiner hat nichts gemacht. Ja, dein habe ich schon zulegt. Achso. Ja, okay. Perfekt. Er hat ja immer nur noch einen Zirkling oder so. Ja. Dann schau ich mal, was er jetzt macht. Bevor ich irgendwas baue. Ich bin... Ah, der ist ein Mengsk. Das sah jetzt gerade toll aus. Aha, der hat eine Ex-Wache gebaut jetzt. Was will ich bauen? Ich glaube, ich will einfach mal ein Feuerfresser bauen. Kann man immer brauchen. Euer Freezer kann man immer brauchen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Da zerlegt er dich? Nee. Ja, close, aber... Heu, heu, heu. Er hat immer noch einen Zirkling. Okay, was tut er? Was tut er? Er hat immer noch einen fucking Zirkling. The fuck. Hm. Hm, hm, hm. Evolution fertig. Keine Ahnung. Ja... Ah, pure in annihilator. Okay. Okay, deine Dutz waren alle schon mal einmal tot. Gefällt. Deine Dinger werden jetzt wahrscheinlich auf Gebäude gehen. Na, Glück gehabt. Die sind noch nicht in Sichtreichweite. Ich habe mich halt echt, was meiner macht. Schau mal, wie der Pocker auf den Arm hat. Ah. Ja, okay. Nein. Okay. Ja, genau das. Immer noch ein fucking Zirkling. What the fucking Herrmann. War doch nicht stolz oder so? Vielleicht? Ich meine, kann ich die übernehmen? Müsstest du theoretisch können. Nein. Okay, dann war ich jetzt einfach mal eine Vega rein. Hm. War da aber. Ja. Dein Scheiß ist schon mal alles fast gedealt. Wer baut jetzt Antea gegen mich? Mutation abgeschlossen. Hm. Ja, Gebäude. Ganz wichtig. Naja, jetzt hat er wahrscheinlich richtig Bock. Ich habe genug Mineralien. Oh, weiß. Und was hat er? Wo ist die Stolz? Ah, ein Nachthammer. Ja, perfekt. Gut, dass ich eine Vega rein gestellt habe. Lustig. Oder einfach mal Tech 3 oder so. Mein Nachthammer. Ah, es ist geil. Wenn der jetzt lief, dann haben wir ein Problem. Meinst? Wieso? Weil ich nichts gegen die anderen bau. Ah, ah, ah. Okay. Der hat jetzt ein Ding drin, ein Dings hier. Hier genau. Mirages. Hm. Das, den hat er schon länger. Woll ich einfach noch eine Vega reinstellen? Wenn du willst. Nein. Oder lieber einen Naxx. Ich weiß es nicht. Nein. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich stelle einfach mal einen Heiler rein. Einen Heiler kann man immer brauchen. Ähm, yes? Ähm, beide sind aber gelaufen. Ich konnte nichts anderes machen. Sorry. Weißt du, meine machen das auch? Ja, crap. Ich hoffe nur, dass ich das spielen kann. Sie steht etwas zu weit aus. Mannen? Sorry, Bro. Wir wüssten, dass wir Scheiße gebaut haben. Okay. Ah ja. Okay, noch ein Nachthammer. Okay. Ah ja. Und ein Laser. Okay. Okay, okay. Okay. Ich meine, der Nachthammer zerlegt den anderen Nachthammer. Also alles easy. Ah, ist das geil. Okay, ich war auch noch eine Vega. Er hat nämlich noch ein Nachtschatten. Ne, noch ein Nachthammer gebaut. Und noch eine Aegiswache. Also jetzt kann ich alles übernehmen. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Ne, ich baue mir jetzt einfach mal drei Finger rein, ne? Ja. Bei Thorasks. Leichter. Der Wave schon... Ey, er hat seine Nachtwache... Seine Aegiswache wieder verkauft, oder? Gut, dann muss ich jetzt zwei Nachthammer übernehmen. Hilft nix. Ja, wenn er das so will. Ich hab's so geil. Ah, schön. Mein Gott sei Dank, denkt er sich auch irgendwie... Tja. Tja. Ich kann jetzt nicht gegen Mutalisken, die gegen... Ich hab übrigens deine Wafi gedealed, also alles easy. Was mach ich jetzt? Übernehmen seine Aegiswache noch. Die Mutalisken, die rumstehen, sind deine. Ach so. Ja. Ich hab seine Aegiswache auch noch übernommen, ne? Okay. Ja, keine Ahnung, was die gerade gemacht haben, Alter. Keine Ahnung, Mann. Absolut keine Ahnung, was da gerade passiert ist überhaupt. Nicht genug Mineralien. Ich hab einfach gedacht, oh Junge, Aegis, lass die fettesten Einheiten bauen, die wir bauen können. Ja, ciao, Nexus. Ja, bitte. Das kann doch jetzt kein neun Minuten Video werden. Hallo. Der musste jetzt zwei aufnehmen, oder so. Ich ne, ne, wir haben mehrere auf, aber nur acht Minuten, neun Minuten gefühlt. Äh. Also. Wird mir das bitte... Ja, das war's halt jetzt einfach. Ja, gut. Ich hab halt echt keine Ahnung, was sich der gedacht hat. Boah, nein. Der hat sich so gut gebaut. Och. Ja, egal.